recht herzlich willkommen zur 107 folge von avorion ja ich habe das schiff geholt wir sind jetzt hier im neuen sektor jetzt gucke ich gerade hält er auch passend an oder fällt er mir in die karre sieht wohl so aus als ob er es geschafft hat okay wir waren unterwegs nach wo das ist die frage wir wollten waren hier in der sackgasse sind zurück und wollen ein bisschen hier in diese richtung oder wie war das jetzt ist doof dass man hier diese beiden buttons da hat gab es da nicht irgendwie eine möglichkeit steuerung tasse drücken dann können auch weiter sehen alles klar das war das so das heißt wir fliegen mal weiter gehen diesen punkt und hoffen dass wir dann so weiter rüber kommen alternativ wäre natürlich nach hier oben aber wir gehen mal nach süden was haben wir da für ein tor das ist das nordtor das wäre das nähere hier ist jetzt handel da oben wird noch das andere tor angezeigt dann gerade an dem dort vorbei damit wir dann da hinkommen südwest tor passt so wenn ich jetzt da langsam lang fliege dann wird er genauso schnell sein wie ich oder nein er dreht erst mal noch er hat ja noch mich nicht entdeckt wo ich hin bin auch cooler ja könnte aber gerade so handhaben dass wir ihn auswählen 10 hatte und ich fliege dann da diese richtung zu diesem tor ja 13 entfernung jetzt die frage naja er wird schon kommen ich kann erstmal auskundschaften und ich will hoffen dass er gleich hinter uns auch ist wir müssen nur vom tor ein bisschen wegfliegen eine neue zone warte mal wie wir das denn mit unserem modul haben wir das drinnen ja auch mal drinnen wird aber nichts angezeigt alles gut karte einmal ok wir sind hier und können dort nach süden und den weg den wir dann schon wissen wo der land geht das ist das süd tor kurz hier das handelssystem eingebaut da ist der sack und dann können wir da mal reinschauen und hier gibt es nichts zu handeln was können wir hier verkaufen wir haben auch nichts zu verkaufen gerade da ich weiß gar nicht ob in dem anderen schiff was drin ist torgebühr bezahlt das heißt er ist da das heißt wir können jetzt einfach hier weiter durchfliegen boah alter schwede was war das nett von dir hat ja sie da super geklappt also knallt er voll in mich rein wenn er durchs tor kommen mit voller geschwindigkeit oder so sehr ärmer hat den schaden eigentlich davon betragen wo sei jetzt da wenn er sich wohl gut aus und wir müssen noch da also das heißt wenn wir da raus kommen von dem tor nicht nur vorstor weg sein am besten seitlich weg also so damit er uns nicht in den hinteren knallt gut was ist das für ein ding ressourcendepot ok reparatur dock was gibt es denn beim reparatur dock noch nichts besonderes was hat er am schwarzen brett bildschirme die würden es ja bringen also wir haben jetzt hier das handelsding drinnen dann müssen wir gleich noch umstecken schmuck wird sich lohnen auch nicht wirklich sorry ja passt schon torgebirge zahlt wo ist er ok er kommt da diesmal durch ohne dass er mich rammt glaube ich was man denn da hinten für ein ding ist ein kreuzer sehr interessant sieht ja alles ganz schick hier aus es gibt aber nur leider den weg wieder zurück ja das heißt wir fliegen noch mal zurück und dann nach ja zum norden hin er kommt auf jeden fall mit ach so warte mal stopp mal nicht da durch ich bremse gerade aber ich glaube diese bremsen funktioniert nicht so ok das haben wir wohl noch gerade so geschafft weil ich möchte gerade das modul noch einmal einsetzen nicht dass wir hier was verpasst haben ne ist wohl nichts dran gut das bedeutet jetzt ab durchs tor wieder und wieder zurück dass wir da in die nordrichtung dann kommen ne schilder schützen dich nicht vor kollisionen so süd süd west war das das bedeutet bedeutet nütten nord nord ost ist es dann und nord ost da einmal hin ok da unten was sind das ein reparaturdock oder was haben wir hier ja und das ist ein ressourcendepot oder ja können wir mal gerade gucken was wir sonst noch so haben wir überhaupt nicht gemacht oder noch ein handelsposten das war es dann ok und wir fliegen da einfach hin gut hier war aber nichts mehr oder wie war das handelsposten und drei tore und wir brauchen das nord tor dann das da ist so jetzt wird es eine weile dauern bis dahinter uns herkommen können ja mal gerade den handelsposten angucken ist da irgendwas interessantes gibt aber ich glaube nicht ne das ist auch schon alles nach dem biogas fischer kriegsroboter so wurde 18 stück ok satelliten ne ist nicht wirklich was und wir haben auch nichts mit und da ist das tor und wo ist das andere tor tor passt geht es da weiterhin ok der andere ist durch das heißt wir können auch schneller fliegen weil er findet uns dann ja hoffe ich und wir können schon gucken was hier hinter sitzt das geht auf jeden fall weiter zu einem nehmen und nächsten tor da da und sonst ist ja nix nur wir das bedeutet einfach da mal hinfliegen und hoffen dass er durchs tor ist wie sieht denn das aus fraktionsmäßig ist immer wohl noch die gleiche fraktion die wollen keine einung wie das ausspricht die euro in oder so was so jetzt ein dingel von ihm wäre nicht schlecht also dann dadurch ist ja wir driften ganz schön weiter ja und ich konnte jetzt bald durchs tor damit wir weiter kommen ja das warten das ist schon ein bisschen doof aber ist halt gerade so hatte uns jetzt verloren weil wir irgendwie so schnell geflogen sind oder so stellt sich diese frage oder bitte angegriffen dass er da nicht weiter fliegt weiß ich nicht ist immer etwas schwierig tja kann man ihm dann irgendwo sagen wo er langfliegen soll nicht wirklich ne das wäre jetzt noch wenn man eben sagt fliege hier lang da lang da lang das wäre schon cool oder dann müsste man die route ja schon entdeckt haben aber irgendwas ist schief gelaufen der müsste doch schon längst hier sein oder so leicht vorbei so gucken wir mal wo er ist ja der hat uns total verloren super oder ich weiß nicht was für eine reichweite der hat das ist voll doof jetzt kommt er erst das hatten wir letztes mal auch kurz vorm ende der folge da kam er auch nicht hinterher da habe ich das ja offscreen gemacht und ja da war das genauso ich musste hinfliegen musste gucken wo er ist und dann als ich in sektor kam war er auch da irgendwie so ewig weit weg und wie wir sehen ist da gerade auch eine fraktion aufgetaucht oder sowas aber ich glaube das ist nicht unser oder der da angegriffen wird das geht nur nach da unten hin ok hier sind graben kriege dann sozusagen so jetzt kommt er ich kann euch nicht helfen da ist das tor da ist das tor so kommt er denn da jetzt auch durch er hatte doch nur drei kilometer kann ja nicht so sein da ist er endlich ich glaube wenn man schnell fliegt dann kommt er nicht hinterher so ungefähr so aus den augen aus dem sinne jetzt können wir ihn noch mal anklicken gucken wie weiter ist zähne ok so wir sind dann durch und er wird hoffentlich nachkommen ok hier gibt es was gucken wir mal wie es weiter kann auch eine sackkasse bringt uns also nicht weiter wirklich das ist ja doof das schiff ist hier auch zu schwach für wie es da oben steht warte mal ich muss mal hier so seitlich wegfliegen bevor der mich gleich rammt stahlfabrik ressourcendepot fleischfabrik fischfarm chemiefabrik noch mal ein handelsbosten oh Gott hier rein schaf, fleisch, fisch, handelsbosten, ressourcen, chemie und stahl haben wir alles jetzt ist er schon da da kommt er rein geschleudert ja und hypersprung kann er glaube ich nicht mitmachen entweder weil er kein ding ins hat das könnte sein dann müssten wir dem den erst noch einbauen kann man das da sind wir wie würde das mit dem b achso f interagieren und dann ist bauen angesagt wird dann gehen wir da mal hin und gucken ob wir da einen hyper raum antrieb irgendwie rein kriegen oder da haben wir einen flack geschützt turm ok das machen wir mal weg was ist das für ein stein eisentorpedolagerraum ok äh ja titantorpedolagerraum da haben sie farblich einmal geändert das ist ja schon mal cool naunitquartiere das ist triebwerk würde mich jetzt interessieren ob er uns dann wenn er da rüber herum kehren wenn er den hat ob er dann auch hinterher kommen kann jetzt wüsste ich aber nicht wo ich den hinschrauben soll erstmal können wir ja mal hier hin verbauen oder würde ich mal so machen dass wir vier solche kleinen da haben wir können aber oder können wir oben noch drauf welche setzen ja geht auch noch dahin machen wir da noch welche hin so dann hat er sechs dann ist nur die frage wie weit er springen kann damit ne und ob er uns folgt ist die nächste frage so jetzt sind wir aus dem baumodus raus und jetzt würde ich sagen gehen wir immer einen sprung hier nach hier geben die koordinaten ein da unten müssen wir hin und springen mal und gucken ob er meckert wenn wir da sind und der ist mit gesprungen cool das ist ja cool aber wir haben nur so ein großes sprungreichweite gehe ich von aus lass mal gucken dass wir da kommen wir probieren es mal aus das kann er wahrscheinlich nicht weil seine sprungreichweite nicht zu groß ist ne der ist da der ist mit gesprungen cool das ist ja richtig fabelhaft ne oder dann springen wir natürlich mal hier hin und schauen mal wie weit wir da kommen aber wir kommen jetzt grad nicht weiter weil wir da oben noch sieben sekunden stehen haben ne aber wir haben was neues erfahren das ist schon mal cool dass wir mit dem zusammen springen können das hilft uns sehr sehr weiter und wir schauen dass wir dann halt weiter kommen mit unserer richtung wo unsere öl plattform ist oder wie man das auch immer nennen will das ist wichtig gucken wir gerade rein was hier so los ist zwei schiffe von denen von uns und sonst nix leider kein sprungtor oder sowas aber wir springen dann denke ich mal hier nächstes mal hin und schauen dann weiter falls ihr noch nicht abonniert haben solltet dann tut das doch bitte und wenn euch die folge gefallen hat bitte einen daumen hoch und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge recht herzlichen dank bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.